Zur Navigation springen zur Suche springen Ferdinand Hart war ein Schauspieler tschechischer Herkunft. Leben der Gutsbesitzer Sohn Hart studierte nach dem Abitur Jura ehe er im Ersten Weltkrieg zur K.U.K. Armee eingezogen wurde. 1919 stieß er zum Theater und begann seine Bühnenlaufbahn im nordböhmischen Aussich. Im Jahr darauf ging er an das Deutsche Landestheater nach Prag, nach einer weiteren Spielzeit 1921 ans Düsseldorfer Schauspielhaus. Im Herbst 1922 fand sich Hart in Berlin ein und wurde an das Deutsche Theater verpflichtet. Dort sah man ihn in der Folgezeit unter der Intendanz bzw. Regie Max Reinhards als Claudius in William Shakespeare's »Hamlet«, als Petruchio in »Der widerspenstigen Zähmung« und als Mowbray in Berthold Viertels Inszenierung von »Richard III«, sowie als von Walter in »Friedrich Schillers« »Kabale und Liebe«, als Odysseus in Heinrich von Kleist's »Pentesilea«. 1928 war Hart der Mammon in der »Jedermann«-Aufführung im Rahmen der Salzburger Festspiele. Ebenfalls 1928 gab ihm Reinhardt die Rolle des Bruder Lorenzo in seiner Inszenierung von »Romeo und Julia«. Darüber hinaus wirkte Hart auch an anderen hauptstädtischen Spielstätten wie den Saltenburgbühnen, der Volksbühne und den preußischen Staatstheatern. Seit Ende der Stummfilmzeit trat Ferdinand Hart mit zahlreichen Nebenrollen vor die Kamera. Von den Nationalsozialisten als sogenannte »Volljude« geächtet, erhielt Hart nach deren Machtergreifung 1933 sofort Auftrittsverbot. Seine letzte Theaterrolle spielte Ferdinand Hart im Februar 1933 am Deutschen Theater mit dem König Thoas in Goethe's »Iphigenie« auf Tauris. Hart kehrte noch im Frühling desselben Jahres in die Tschechoslowakei zurück. Dort setzte er seine Bühnen- und Filmarbeit fort. In Julian Duviviers »Neuverfilmung der alten, jüdischen Golem-Legende« spielte er 1935-36 die aus Lehm gestaltete Titelfigur. Sein Filmpartner war der bedeutende französische Charakterstar Harry Bauer. Hart starb infolge einer Herzthrombose, die er sich im Dezember 1936 zugezogen hatte. Privates Ferdinand Hart war in erster Ehe von 1925 bis 1928 mit der Schauspielerin Renée Stobrava verheiratet. Am 1. September 1928 heiratete er die Frankfurterin Edith Kriegler. Die Ehe wurde im Herbst 1935 geschieden. Edith Hart war in der Zwischenzeit wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017